In den letzten Jahren hat die Geneditierung, insbesondere durch die Entwicklung von CRISPR-Cas9, das Potenzial der biotechnologischen Innovationen in der Landwirtschaft dramatisch erweitert. Diese Technologie ermöglicht es Wissenschaftlern, die DNA von Pflanzen mit einer bisher unerreichten Präzision zu bearbeiten. Es handelt sich um einen vielversprechenden Ansatz, der das Gesicht der Nahrungsmittelproduktion verändern könnte. Doch mit großen Möglichkeiten kommen auch bedeutende Bedenken und Herausforderungen. Einer der signifikantesten Vorteile von CRISPR-geänderten Pflanzen liegt in der Möglichkeit, die Nahrungsmittelproduktion nachhaltig zu steigern. Forscher können Pflanzen so verändern, dass sie höhere Erträge produzieren und besser gegen Umweltstressoren wie Trockenheit oder hohe Salzkonzentrationen im Boden resistent sind. Diese Veränderungen sind nicht nur für die Effizienz der Produktion kritisch, sondern auch für die Ernährungssicherheit in Regionen, die von Klimaveränderungen stark betroffen sind. Krankheitsresistenz ist ein weiterer Vorteil, der mittels CRISPR erreicht werden kann. Pflanzen lassen sich so modifizieren, dass sie weniger anfällig für Viren, Bakterien und Pilze sind. Dies verringert die Notwendigkeit des Einsatzes von Pestiziden, was wiederum die Umweltbelastung senken und die Gesundheitsrisiken für den Menschen minimieren könnte. Zudem erlaubt CRISPR, die Ernährungsqualität von Pflanzen zu verbessern. Gene, die für den Nährstoffgehalt verantwortlich sind, können so angepasst werden, dass beispielsweise der Vitamingehalt erhöht wird. Diese biofortifizierten Pflanzen könnten in der Bekämpfung von Mangelernährung eine Schlüsselrolle spielen. Und wie funktioniert das Ganze auf molekularer Ebene? Nun, die Geneditierung beginnt mit der Erstellung einer spezifisch konstruierten Guide-RNA, die eine Ziel-DNA-Sequenz im Pflanzengenom erkennt und daran bindet. Diese gRNA wird zusammen mit dem schneidenden Cas9-Protein in die Zelle eingebracht, eine Technik, die mit Methoden wie Agrobakterientransformation oder Genkanonen realisiert werden kann. Nach dem Eindringen erkennt die gRNA ihre Ziel-DNA, woraufhin Cas9 die DNA schneidet und einen Doppelstrangbruch verursacht. Die Pflanzenzelle reagiert auf diesen Bruch, indem sie ihn über Reparaturmechanismen wie NHIJ oder HDR flickt, was entweder zu zufälligen Mutationen oder zu gezielten Genveränderungen führen kann. Trotz dieser Vorteile gibt es auch Bedenken. Ein Hauptanliegen ist die Langzeitwirkung genetisch veränderte Organismen auf die Ökosysteme. Die Auswirkungen auf die Biodiversität und das Gleichgewicht natürlicher Populationen sind noch nicht vollständig verstanden. Kritiker befürchten, dass CRISPR-veränderte Pflanzen unvorhergesehene Auswirkungen auf nicht zielgerichtete Spezies haben könnten oder dass sie die genetische Vielfalt der Pflanzenwelt verringern. Die Möglichkeit von unbeabsichtigten Veränderungen in der DNA, sogenannten Off-Target-Effekten, stellt ein weiteres Risiko dar. Obwohl CRISPR für seine Genauigkeit gelobt wird, können Fehler auftreten, die möglicherweise schädliche Konsequenzen nach sich ziehen. Darüber hinaus gibt es ethische Bedenken. Die Frage, inwieweit der Mensch in natürliche Prozesse eingreifen darf, ist Gegenstand kontroverser Diskussionen. Die Zugänglichkeit und Verteilung der mit CRISPR bearbeiteten Pflanzen wirft Fragen nach Patentrechten und der Machtverteilung in der globalen Landwirtschaft auf. Abschließend ist die CRISPR-Technologie ein machtvolles Werkzeug, das das Potenzial hat, die Agrarwissenschaft zu revolutionieren. Die Vorteile sind beträchtlich, doch ebenso gewichtig sind die ethischen, ökologischen und sozialen Fragen, die sie aufwirft. Eine umfassende wissenschaftliche Begleitung und regulative Rahmenbedingungen sind entscheidend, um das Potenzial von CRISPR geänderten Pflanzen verantwortungsvoll zu nutzen. Vielen Dank fürs Zuschauen! Abonnieren Sie unseren Kanal und aktivieren Sie die Benachrichtigungsglocke, um keine neuen, wissenschaftlichen Videos zu verpassen. Bis zum nächsten Mal!